hallo und herzlich willkommen zurück die drei staaten sind wieder da hallo sogar lehrt 84 prozent mit 80 prozentiger dings da schaust auf deutschland auch wie klubig das ausschaut ja das ist ein tumor geschwulst oder so äh eiter oder so keine ahnung grünes seeflüssiges 38 haben wir noch in kindes eiter gespürt er ist ein feld er hat das ansonsten gelegen die märkte dc hinter zimmer unter das gibt es so ist er ist auch auf das 39 39 Da kann ich noch was machen. Meine Fabrik darf ich auch gleich was kriegen im Oktober dann. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Kacke ist endlich fertig. Über die Hälfte, ein paar hundert Tage noch. Gott, 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 Gott. Das ist so. Du inszenierst einen Staatsstreicht, Thomas, wusste ich gar nicht. In Deutschland. Kann ich nachlesen. Frankreich ist mit in den Krieg. Was ist das? Frankreich? Was ist das? Frankreich? Das ist, ne, das ist nicht Czechoslovakia. Ne, jetzt Luxemburg, Czechoslovakia, was ist das? Australien. Neuseeland. Und was ist das? Komm schon, ich will noch ne Regierung! Haus! Mach mal mit diesmal nicht die Panzer, dann brauchen wir doch mal die Luftfuzzis. Ne, du brauchst auch nicht, du musst halt sehr, sehr luftbeweglich sein, also so viel Flugzeugträger bauen wie möglich. Ja, so ein Marinehorse brauche ich dann noch dafür. Ja. Beanspruch, das können die machen, ich weiß, so erlasse sie sich. Das Mopedland. Irgendwas... Irgendwas... Weiß ich nicht. Ja, meins ist es nicht. Das ist mir egal. Ne, egal. Jawoll, immer schön viele Leute hier rausbemsen. Komm schon! Die Zeit vergeht so langsam. Weißt du, die Zeit langsam, die Zeit vergeht eben schnell. Meine Forschung und Produktion ist schon fast komplett bestückt, bis auf die Panzerproduktion. Hab ich schon bei jedem was ausgewählt. Ich muss auf Ding, ich muss auf 150 Ding kommen. Ja, ich auch. Komm ich aber voll leicht. Indem ich immer Ding mach. Auf Fabriken, 150. Ja. Ja. Also das Ding mein ich, ne? Das äh... Politische Macht Dingens. Ach so, nein. Ich dachte, die Anzahl der Fabriken. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, nee. Militärfabriken will ich auf 100 kommen, weil ich hab bloß 53. Wie zu wenig, Alter. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie viel ich hab. Oben siehst du das, wo Fabriken steht, das wo... Du hast ja hier... Nationaler Zusammenhalt. Ach so, da, ja. 199 hab ich. Was? Ich hab 199 Fabriken. Was? Also... Militär oder, äh... Fabriken insgesamt? Äh... Insgesamt. Alter. Will die Mann, nein. Wieso, zu viel oder zu wenig? Zu viel? Wie viel du hast, Alter. Ich hätte gerne so viel. Gib mir welche ab. Gerne. Äh, nein. 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 Was entschlüsselungsfrequenz oder entschlüsselungspolapoliz. Es gibt's. Wir sind halt. Entschlüsselungsfrequenz, die Quälder. Entschlüsselung, bloß ein Sowohl. Ich kann nicht Sachen abfangen und NSA machen. Oh, wir können's enden sein. Wenn ich mich fertig mit aufnehmen, muss ich was zu trinken. Ich hab wieder nichts. Dann muss ich wieder Hunger leiten. Äh, Durst. Ein Leuten. Nein. 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 Miau. 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 Ich lade dich mit ein kleiner Thomas. Nein, danke. Ey, wir sind's Marineangriff. Machen wir. Der Thomas lädt euch mit ein... Thomas Einstein. Komm, ein Tag noch. Komm. Das. 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 Politische Macht. Das. So. Ähm, Luftwaffe-Reform, Luftwaffe-Sicherheit oder Nachtoperation? Ne, gehen wir erst mal Marines, denk ich. Reform, Marine-Flieger oder Handelsüberfall? Machen wir Marine-Flieger. Jawoll. Hahaha. Jetzt haben wir dann Nazi-Schwerpunkt, äh, nationalen Schwerpunkt. Ja, was ist das? Das Vereinigte Staaten ist kein... Marionetten-Staat, stimmt. Diese Schwerpunkt wird abgebrochen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllend sind. Wo wir jetzt mit den Auswirkungen... ...und... ...und... ...Schutz... ....... ...Verteidigung gegen Idealbeinfuss... ...gewährt wird. was die usa können in kriegen zwischen amerikanischen ländern intervenieren was heißt es so wie meinst du zwischen amerikanischen ländern die usa können in kriegen zwischen amerikanischen ländern intervenieren steht hier so ja intervenieren heißt eigentlich dass du in ein land reingehst und intervenierst also praktisch du trägt du marschierst in ein land ein ohne irgendwelche konsequenzen also okay gut also für dich konsequenzen für andere natürlich da ja die menschenrechte blablabla und so weiter auch mir nix passiert hast du nicht schon flugzeuge hier nach deutschland gibt also nach nacht das mache ich noch ich muss erst mal ein paar schiffe rüberschicken aber das meister und wenn es obwohl wir haben sie schon dezember kann man ja gleich schon mal loslegen war man hier mal schiff zieht machen wir mal so eine flotte bereit aber was ist denn da überhaupt alles drin kann ich sehen was alles für schiffe drin sind siehst du also du meinst jetzt im hafen ja siehst du diese kleinen symbole oder so eine zahl ist da hält sie einfach länger drauf und dann klappt das so auf und dann sagt er dir was da drin ist alles sehr viel drin wo man noch so ein ding sie sind dort und da ist gar nichts drin cool ok nein das wollen wir zeichnet das sind ja alle drin oder habe ich drüben bei washington noch was denn da unten ist noch was und da ist noch wohl lol alles klar wir gehen wir lieber da gehen wir lieber dahin dauert das jetzt so lange und schicken battleship division cruiser division ranger destroyer destroyer ne flugzeugtrecher brauchen wir navigroup die schicken wir mal mit dem vierer typ zu thomas wo ist der thomas da ist der thomas die schicken wir mal dahin so sind jetzt unterwegs oder net heute jetzt losgeschickt nächste auch zum beispiel thomas sehe ich überhaupt gar keine dinge diese weil ich hätte gerne weil ich würde gern auch bei den paar dinger stationieren aber wie kann ich die noch mal los schicken wichtig los schickt die leute flugzeuge oder ne schiffi habe ich jetzt so ein typ ausgewählt ja rechtsklick auf die karte und dann macht's gut und dann ach einfach da wo ich sitz also ich hab jetzt draufgeschickt die ausgewählt und dann rechtsklick wo sie hin sollen sehr genau und dann macht's gut und dann das macht so einen komischen eisenschlag nein nein kein u-boot geräuscht das macht einfach so ein eisenschlag als würde es nicht gehen also keine ahnung muss halt gucken also sind das zufällig so eine roten striche da oder sind haben willst ich verstehe es irgendwie nicht brauchen wir noch ein paar budonis es geht ja nicht immer so eine linie zu dir hin so eine linie auf die wasser toll gibt es ja irgendwie anscheinend keine zu dir ich müsste sie erst zu so einem anderen ding bringen lol jetzt hat er mir so einen gelben pfeil gemacht jetzt fahren sie hin also geht los läuft wie krüppelig das ausschaut das ist eine ganze flotte hey so ihr meine lieben freunde nämlich ihr aber ich weiß es nicht wann war noch mal operation wiese übung bei den deutschen ich weiß es nicht war das 41 oder war schon 42 keine ahnung hey du musst auch noch kein blämer auf bei dir nicht hinkommen äh ja weil es hat wahrscheinlich bin ich gleich jetzt vereinigt ist ganz frauen stellen ja jetzt wird es die einzig dinge sich äh dinge so genau sinnvoll dass ich da hinkommen tut und hätte meiner meinung nach auf jeden fall geht es nicht sagt er lustig ja du kannst ja nicht in den hafen rein das kannst du ja nicht ja letztes mal beim anderen profil ging es doch dass ich zu thomas sie genau da hinschicken konnte von dem hafen zu dem hafen ja weil wir ja verbündete und sowas waren ja weil der krieg noch nicht da war siehst du mal ja genau es ist ja noch kein krieg sag das doch gleich ey naja du musst ja mit zu sagen dass du in den haufen rein wolltest das kann man das nicht riechen nee schade dann kann ich doch das jetzt eigentlich raushauen diese produktion ist nicht zu langsam alter ok 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 wie lang dauert es noch ah noch zehn tage oder na komm jetzt noch zehn tage Dann kriege ich wieder krassen Aufstieg. Das ist unser Einsatz. Achtung, Countdown. Ja. Bitte? Wir haben schon 1,6 Millionen. Oh Gott, ich muss mir diese ganzen Dokus nur mal anschauen, wie die exakten Zahlen... Also wieviel Mann nach Russland marschieren, weil dann kann ich genauso wie entgegensetzen und dann BAM! Das wär Cheaten. Wär mir egal, ob's Cheaten wär. Wenn's sich Deutschland wundert, warum's plötzlich nicht mehr weitergeht. Hä, warum geht's nicht mehr weiter? Hey, Hornsornalarm. Piu, piu, Hornsornalarm. Piu, piu, Hornsornalarm. Genau. Piu, piu. Lol, das hat mir das jetzt gar nichts gebracht, ihr Wichser. So, präventive Intervention oder Black Chamber? Dieser Schwerpunkt wird abgewehrt, aber ist keine... Was? Vereinstandes... Ja. Auswirkungen. Neue Regel. Kann die Beliebtheit anderer Ideologien steigen? Mexiko, demokratische Anhänger, lösen einen Bürgerkrieg in unserem Land aus. Argentine, demokratische Anhänger, lösen einen Bürgerkrieg in unserem Land aus. Was ist das? Also Bürgerkrieg in unserem Land wär scheiße. Ja. Was ist das? Äh, Auswirkungen. Kriegsziel, Marionette, Schwerpunkt gegen Venezuela erhalten. Aha. Wär das was Gutes? Was? Kriegsziel, Marionette, äh, äh, gegen Venezuela erhalten. Ja, dass Venezuela deine Marionette bleibt. Marionette ein Ding ist, ne? Ja, Mann, das mach mal. Eine Marionette? Ja, Mann. Schön hier Pinocchio oder so. Äh, Thomas. Ja. Du müsstest noch Dings, du müsstest jetzt langsam so auf, äh, dass du Indien und Australien aktivierst. Ja, dass die wieder abhauen, wie im anderen Profil. Abhauen? Ja, Indien. Ja, dass du Indien und Australien industrialisierst, dass du da die Produktion hochfährst, und dass du Männereich vorfährst von denen. Also ich soll da was bauen, oder was? Ne, ne, du kannst ja, es gibt ja, du hast deinen eigenen Zweig darüber. So das, ja, warte, ich glaub das ist das, äh, also bei diesen Bemühungen. Ja, genau, warte hier. Äh, ich habe, ich, die hab ich schon alles durch, ne? Jetzt hab ich ja gleich alles fertig, ne? Die Bandes Commonwealth habe ich, entwickeln sie Südafrika habe ich, entwickeln sie Kanada habe ich, entwickeln sie in Neuseeland habe ich, entwickeln sie produzieren, sie habe ich. Wir haben schnell alle durch. Ja, okay, dann hast du alles und dann, ja, dann bist du ja vorbereitet. Und die habe ich schon alle, schon ganz zu Anfang schon gemacht. Was, 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 ideal ist, Achsenmacht, wer dir drin fickt euch. Wer ist Achsenmacht? Ne, aber du kannst ja von Indien und Australien kannst du ja Männer fordern. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Dann so kannst du deine Stärke steigern. Weil, kommen weils und so, ne? Hm. Weil kommen weils. Kommens vers. 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 wer werden werden dort und der hat dort der drüben 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 er ist vor lauter Schiffe diese Dinge gut dort und dort und auch mehr hochladen die irren auch ein ja Naja. Duda, der Duda, der Duda. Oh Manns. Chubidua, Chubidua. Da kann man viele Tiere sehen. Was? Chubidua, Chubidua. Auch wieder von dem Scheiß. Die Großen und die Kleinen. Oh Mann, was muss das jetzt sein? Ja, man hat 102,2% ausgelöst. Läuft bei denen. Ja. Ja. Über 100%. Ja, Paul geht ab. Mit allen drei Soßen und extra Zwiebeln drauf. Ja, würde ich auch sagen. Mit allem, Alter. Da bleibt nichts mehr übrig. Der futtert alles weg, der Meister. Ich futtert alles weg und nimm dir deine Zwiebeln. Was? Das nehmen dir deine Zwiebeln. Bitte. Was? Ich futter alles weg und nimm dir deine Zwiebeln. Den Reis, den du trägst. Den Schirm, den du trägst. Den Reis, den du auf dem Teller hast. Elektroschocker. Direkt in eine Frühlingsroller. Ja, genau. China zu Befehl ist der China-Bomber. China-Bomber. Oh Gott. Ja, super blärt und so. Deutschland hat eine Warnung gekriegt. Oh. 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 Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Also meine lieben Freunde. Der Krieg beginnt. Um neun. Äh. Bisschen zu früh sogar. Ich mein Polen wurde im September angegriffen. Na ja. Alles egal. April April. Es geht auf jeden Fall los. Das ganze Zeug. Deshalb wird's jetzt erst interessant. Schaut beim nächsten Mal unbedingt wieder rein. Wenn's wieder heißt. Interessanterer. Hearts of Iron. Wenn's wieder heißt Hearts of Iron und keine Ahnung. Die Erde ist immer noch ne Scheibe oder so. Ja. Also auf Wiedersehen. Tschüssi. undizadoete, dass du weg deinen Medical onc fansättest gemacht kannst. Dann dasować frankly auf mercyuellt. Dylan eshältlich Vanderb Rhine. In der grunzufuiliebeln Savior, dass du seit Momof exaggerust dongrum mal Größe?